willkommen trader es ist dienstag zweiter handelstag der woche und zeit für den blick in us dollar japanisches jen wir schauen in gold und auf den australischen aktienindex asx 200 das die handelsideen für den heutigen morgen und sehr sehr gerne auch wie immer die ein oder andere frage also bitte nicht scheu sein und direkt hier in unseren chats auf goto webinar und facebook die wunschmärkte posten und ich gehe sehr sehr gerne darauf ein bevor wir ins webinar rein starten gibt es natürlich wie immer den wichtigen risikohinweis bitte in gänze zur kenntnis nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen und gestern ja gestern war wieder mal so ein tag da musste ich innerlich wirklich nur lachen was wurde nicht gezetert über theresa may und ihr brexit hin und her johnson kann ja alles besser was haben wir momentan der markt hat auch nicht drauf die briten einigen sich auch jetzt nicht auf eine regelung es ist weiterhin ein hickhack der brexit wurde zum x-ten mal verschoben das heißt wir werden uns wahrscheinlich jetzt bis wenigstens ende januar weiter mit diesem thema an den märkten beschäftigen dürfen scheinbar wenn wir uns die märkte aber anschauen gibt es hier weiterhin auch optimismus heißt man wird sich schon irgendwann irgendwo irgendwie auf irgendetwas einigen unter welcher führung sei dahingestellt warten wir es einfach mal ab das schauspiel geht weiter uns kann es nur gut sein der markt benutzt so eine dinge ja immer wieder mal zum luft holen oder zum gegenbewegung ansetzen all diese dinge die nutzen wir natürlich immer schön zum trading aber ich sag mal hey ich freue mich immer wenn solche nachrichten an dieser stelle auch mit kommen guten morgen alle grüße hier zurück wir schauen jetzt auf die heutigen nachrichten aus großbritannien haben wir schon ein bisschen was zu den hauspreisen bekommen hier wir sehen es es ist mit zwei bullenköpfen hinterlegt also jetzt nichts großartig dramatisches 0,4 prozent war hier der zuwachs ist mehr als das was erwartet wurde deswegen die zahl hier entsprechend auch in grün heute im weiteren verlaufe des tages so wirklich viel in europa bekommen wir nicht bundesbankpräsident weit man spricht an dieser stelle apropos bundesbank ezb draghi wurde gestern feierlich verabschiedet christin lagart übernimmt das ruder im november also in ein paar tagen damit haben wir die neue führung dann auch offiziell im amt ich bin gespannt wie es weitergeht von der reinen erwartungshaltung her denke ich wird frau lagart ähnlich agieren wie das was er draghi gemacht hat also das ganze hier fortführen und versuchen die wirtschaft weitestgehend zu stützen sicherlich mit einem anderen ja sag ich mal tenor beziehungsweise einer anderen art und weise aber ich denke auch hier wird die notenbank versuchen sozusagen die wirtschaft zu stützen und damit das geld wahrscheinlich auch noch für eine ganze zeit lang billig halten was ja wieder gut für die aktienmärkte ist also wenn wir uns die indizes anschauen ist das ja ganz gut und einfluss auf die währung hat das allemal das hier dazu gehen wir weiter in die nachrichten heute nachmittag aus den usa da gibt es das conference board verbrauchervertrauen das ist ein wichtiger indikator weil nur dann wenn die verbraucher wirklich gut gelaunt sind guter stimmung es sind wird das geschäft in usa weiter brummen es wird weiter geld ausgegeben das ist wichtig für die wirtschaft das wissen wir ja inzwischen das bekommen wir dann heute um 15 uhr zur gleichen zeit auch die schwebenden hausverkäufe und am abend dann den api rohöl lagerbestand rohöl gestern ja auch ein wenig unter druck gewesen während sich der s&p 500 weiter schön nach oben schwingt gut also wollen wir mal schauen was wir heute auf die märkte alles drauf bekommen wir gucken jetzt also mal in die märkte rein das heißt wir schauen uns mal die charts an hier noch aus meiner kleinen morgen checkrunde auch noch der euro us dollar mit auf der uhr den haben wir ja gestern besprochen mit blick im kleinen bild wie schon sagt die positive dynamik die ist noch nicht hier aufgekommen das heißt das szenario was wir auf wochenbasis haben ist weiterhin noch intakt und ich weiß nicht vielleicht wer sich noch erinnern kann an gestern oder für die die es nicht gesehen haben mein lieblings szenario wäre das dass wir jetzt hier wir sind ja aufs tief gelaufen dass wir jetzt hier eine korrektur bekommen nach oben laufen wo auch immerhin ist mir völlig egal und dann schön nach unten rumdrehen unten abwärts trend machen und dann die woche nach unten bestätigen das wäre hier mein lieblings szenario um wieder in die short richtung mit einzugehen noch ist es nicht so weit aber mal schauen was hier so kommt auf alle fälle sollte man das mit auf der uhr haben auf der uhr haben heißt halt wir schauen jetzt in die entsprechenden charts hinein wir starten mal mit dem australischen index den haben wir gestern gesehen schön nach oben ran laufen und wir wissen es ja an solchen widerständen gibt es in aller regel zwei szenarien nummer eins wir laufen durch nummer zwei geprallen ab rein von der erfahrung her ist es so je länger die bewegung vom alten tief bis an dieses hoch heran gedauert hat je größer ist die wahrscheinlichkeit dass der markt da oben erst noch mal durchschnauft was sehen wir momentan wir sehen momentan der markt schnauft so ein bisschen durch ist noch nichts schlimmes passiert aber wir sehen der markt geht hier weiter zurück das heißt die korrektur dieser bewegung ist mittlerweile in vollem gange ich meine gestern haben wir es ja auch gesehen wir sind nach unten gelaufen und dann haben wir wieder durchgeatmet das kann hier heute alles auch noch passieren von der seite her ein wichtiger marker hier an dieser stelle ist das was hier unten jetzt noch kommt nach unten in hammer nämlich auch ein paar punkte liegen das sind auch korrektur tiefs dieser bewegung hier nach oben sehen wir gleich in der stunde und da haben wir natürlich die tiefste am liegen und natürlich im sinne dieses blau markierten aufwärtstrend ist es wichtig wir dürfen nicht hier unter die 6613 zähler fallen sonst wird es feierabend sein mit diesem trend nach oben hier schön wäre es dann wenn wir nach dem luft oder wie schon gesagt eine umkehr bekommen das heißt all diese marker hier im sinne der korrektur mit zum anlaufen nutzen und irgendwann dann rumdrehen um nach dem luft holen den schub nach oben zu bekommen das hat ja hier im australischen kursindex auch schon einige male funktioniert wenn wir uns mal anschauen wie schön davon hier unten raus gekommen ist und man aus den korrekturen immer wieder einsteigen kann diese chancen haben wir jetzt auf alle fälle wieder da und wir schauen uns jetzt noch einmal diese bewegung an die letzte bewegung und zwar im trend der bewegung das heißt hier reingegangen hier sehen was ja das war der markt hier nach oben das hier ist die aktuelle bewegung des tages und hier sehen wir es aktuell auch drinnen was wir jetzt hier haben ist wir haben schon einen untergeordneten abwärtstrend am laufen das letzte korrektur tief hier aus diesem schub nach oben haben wir hier an diesem tagestief auch liegen um die marke von 6722 zählern das heißt an dieser stelle hier da wenn wir da drunter fallen wird dieser trend gebrochen und dann müssen wir uns weiter nach unten orientieren und wie schon gesagt anlaufpunkte haben wir dann doch einige da wie schon sagt hier an den 6689 und hier unten dann die 6635 bevor wir dann hier den support das aktuelle trend tief auch mit da haben das sehen wir hier und das können wir zur planung nutzen das heißt korrekturhandel durchaus drin und wenn wir dann irgendwann rum drehen so what dann haben wir es und dann können wir uns wieder auf die long richtung fokussieren das also hier zum austral dollar beziehungsweise zum australischen aktienindex so rum das ganze hier auf der uhr und dann gehen wir mal rüber zu den währungen und danach gehen wir zum gold wir starten hier im us dollar japanischen yen und was hier passiert ist auch ganz etwas nach meinem persönlichen geschmack so was sehe ich wirklich sehr sehr gerne und zwar hier erst einmal diesen schönen schub nach oben das hatte ich ja in blau markiert und der markt hat hier konsolidiert innerhalb des der außen kerze das heißt wichtige marken sind die unterseite und die oberseite und die haben wir so einen schönen runden boden gesehen und das ist immer eine schöne sache da ist jetzt nichts hektisch gelaufen das ist alles schön in aller ruhe gegangen und jetzt haben wir die situation wir sind schon einmal oben drüber gelaufen wir können uns jetzt ganz entspannt damit auseinandersetzen was der markt jetzt hier macht das heißt an dieser stelle wir sind gestern schon drüber gelupft das war ein positives zeichen jetzt warten wir einfach auf bestätigung dieses ausbruchs nach oben wenn die kommt dann haben wir als nächsten anlauf level hier oben dieses hoch um die 109 316 das ist das hoch dieses größeren deutlich größeren abwärtstrend der ist auch schön in der woche zu sehen wenn das level hier definitiv rausgenommen wird ja das wäre gut weil dann öffnet sich der weg weiter nach oben hin und das was wir hier oben sehen ich schalte mal ganz kurz in die woche um wir haben nämlich hier unten noch den anderen trend am laufen der schon längst gebrochen ist aber auf wochenbasis ist das halt der entscheidende marker weil da haben wir sozusagen hier das korrektur hoch der woche gehabt das steht drinnen und wenn wir hier drüber laufen dann wird dieser trend gebrochen den wir hier nach unten hatten also hier sehen wir es mal das sind die starken großen bewegungen die wir gehabt auch haben und das wird dann gebrochen und damit wird dieses große bild hier definitiv rausgenommen und gibt uns dann das potenzial weiter hoch zu laufen und da haben wir hier den zacken den wir oben sehen bei 110 671 das ist auch ein marker den wir schön im trend des tages hier auch sehen dieser hier dieser zacken der da oben drinnen war der ist dann wichtig 110 671 das fällt öffnet sich sobald wir hier dieses hoch rausnehmen aus dem markt und dann weiter nach oben laufen wie schon gesagt es braucht jetzt bestätigung im kurzfristbereich die kurzfristigen trader die sehen natürlich auch wir haben hier unten ein paar tagestiefs liegen das kommt zum einen einmal das tagestief von gestern weil am tages hoch von gestern haben wir auch schwächer rein bekommen wie wir es am tagestief von gestern halten werden wir sehen das kann dann relevanzen haben wir blicken das ganze jetzt auch noch mal im stundenchart an und da sehen wir nämlich hier an dieser stelle sehr sehr schön auch was der runde boden auf der tagesbasis war sind wir hier im korrektiven trend nach unten gelaufen der wurde dann raus genommen und jetzt trendet der markt hier schön nach oben mit rein und wie schon gesagt dass wir sie jetzt hier sehen dann wird es interessant was passiert je nachdem wie weit vorunter laufen aber das ist so luftton irgendwann kommt die bestätigung wenn der markt tatsächlich bullisch reagieren möchte dass wir hier über dieses hoch drüber laufen und damit dann den markt nach oben mit rein spielen das heißt wenn wir uns das ganze mal anschauen aus aktueller sicht was jetzt hier am hochwerts laufen haben wichtige faktoren wären einmal der support hier unten hier in diesem level ist der markt nach oben auch ausgebrochen dann hat es ihn bis hierhin getrieben in diesen bereich oben rein dann gab es hier noch mal eine kleine kurze konsolidierung und dann sind wir endgültig nach oben gelaufen auch über das hoch von gestern drüber und wie schon gesagt wenn sich dieser trend hier fortsetzt das wäre dann die bestätigung des ausbruchs von gestern und dann haben wir die chance schön die oberseite hier mit anzulaufen wie schon gesagt die oberseite haben wir jetzt gesehen und kurzfristige anlaufpunkte für die korrektur wären halt erstmal hier unten dieses level ich hänge mal kurz ein preisschildchen dran was wir hier unten haben an diesem bereich hier die 108 65 in diesem thema das wäre durchaus kurzfristig erstmal drin beziehungsweise wenn es dann doch etwas tiefer gehen sollte hier unten dieser bereich um die knapp 108 5 aus sicht von diesem trend hier wobei der wäre hier gebrochen wenn wir unter diese marke drunter laufen also wenn dieser trend am laufen bleiben soll dann dürfen wir nicht unter die 108 fallen ansonsten ist das ausbruchsszenario jetzt erstmal geschichte da sind wir jetzt wenn das gebrochen wird nur in der situation wenn wir tiefer korrigieren dass wir hier diesen trend auf tagesbasis diesen kleinen den hier im blau markiert habe ich ziehe das einfach noch mal ganz kurz durch weiter also wenn wir hier dann die korrektive phase gehabt und sind jetzt oben drüber gelaufen das heißt aus technischer sicht haben wir hier zwei sachen am laufen nummer eins wäre mal die bewegung das ist das kleine was ich hier gerade auf stundenbasis erklärt hatte und dann haben wir das größere hier diesen momentan blau markierten trend der ist aufwärts gerichtet und diese beiden dinge haben wenn die bewegung sich selbst nur korrigiert dann haben wir die chance die bewegung weiter fortzusetzen hier in dieses level und zwar direkt wird gebrochen also fallen wir unter die 108 651 dann müssen wir einfach schauen dass wir hier dann die korrektur abwarten und dann darf es nicht unter die 108 25 fallen das wäre hier an dieser stelle wichtiger faktor im us dollar jen für die long szenarien auf die oberseite hin und damit gehen wir in den chart vom gold gold haben wir hier momentan auch wieder schwach wir haben es gesehen ich habe den goldpreis heute mal mit reingenommen aber wir am freitag eine schöne umkehr bekommen haben wir sind wieder abgeprallt hier von der marke um die 100 um die 1517 us dollar für die feinunze an dieser stelle das heißt dieser bereich hier unten als wir hier durchgefallen sind da will der markt momentan nicht so richtig drüber das sehen wir immer wieder das haben wir hier in den tests gesehen und hier haben wir es jetzt auch gesehen der markt ist mittlerweile dreimal oben reingelaufen und immer wieder abgeprallt und im größeren bild müssen wir hier einfach an dieser stelle konstatieren wir haben momentan ein median das liegt hier ich nehme das fadenkreuz irgendwo in diesem bereich um die 1500 dollar da fällt er immer wieder zurück in diesem bereich hier unten rein also 1500 bis 1495 94 in diesen drehbereich hier da kommen wir immer wieder rein das heißt wir schwingen momentan so ein bisschen her auf der oberseite da ist der deckel drauf bei 1517 dollar unten haben wir momentan so ein bisschen im bereich wo der markt inne gehalten wird also wo wieder käufer reinkommen um die 1475 zähler das ist so die marken oder das sind so die marken die hier jetzt im raume stehen wenn wir uns das prozedere jetzt einmal anschauen und wir sehen dass der markt doch mal wieder etwas um übertreibung auf die unterseite rein bringt dann haben wir hier wenn wir diesen abwärts laufenden trend mal fortsetzen hier an diesem tief um die 1488 und 1480 zähler die nächsten anlaufpunkte bevor wir hier unten im support level stehen also die dynamik müssen wir hier sehen das schauen wir uns gleich auch mal in der stunde noch mal an hier haben wir also aktuell den laufenden abwärts trend und der konsolidiert momentan seitwärts das heißt hier haben wir auch eine schöne trading range und jetzt kommt es halt wirklich darauf an brechen wir drüber raus das ist das was man dann in diesen kleinsten zeitbereichen das heißt beispielsweise wenn man sich mal den fünf minuten chart nimmt dann nach oben mit rein traden kann und kurzfristig einfach den gegenschub nach oben traden kann wenn das verhalten hier aber so bleibt wie wir das auch hier oben gesehen haben dann sehen wir nicht wirklich viel dynamik nach oben sondern der markt dreht wieder nach unten rum das ist das was wir momentan so ein kleines bisschen hier aktuell immer wieder sehen und wenn das tatsächlich kommt dann sollten wir uns wirklich auf der unterseite weiter orientieren und da haben wir halt ein paar anlaufpunkte hier an zwischentiefs die wir gehabt haben wir haben hier inzwischen tief gehabt wie schon gesagt um die marke von 1488 hier unten 1480 das sind so markt die wir hier aus dem stunden trend aus diesem aufwärtslauf heraus auch mit sehen können und dann natürlich hier dieser support das im kleinen innerhalb der range also hier kommt auch wirklich immer darauf an was passiert wir haben wir einige handelsansätze deswegen habe ich hier in dieser seite auch mal mit reingenommen und diejenigen die hier zuschauen die wissen ja ich persönlich trade ungern aus dem median heraus in mittelfristige trades rein sondern da nutze ich wirklich die ober oder unterseite die extreme aber wenn wir hier so kurzfristige sachen haben wie so eine trading range da macht es durchaus sinn sich mal hinzusetzen diese range zu analysieren und zu schauen wenn wir tatsächlich nach oben ausbrechen wo haben wir denn anlaufpunkte und den nächsten anlaufpunkt den wir dann sehen wäre hier dieses kleine level hier in diesem bereich hier oben das wäre mal ein kleiner anlaufpunkt wo der markt hier kurz mal inne gehalten hat über ein paar fünf minuten kerzen und dann wieder runter gesprungen ist das wären mögliche anlaufpunkte die wir hier definitiv auch haben dazu muss es allerdings wirklich zum bruch durch die oberseite kommen das ist wichtig zu sehen mit blick nach unten wie schon gesagt wenn wir tatsächlich weiter schwäche rein bekommen und das ist ja nichts ungewöhnliches wenn wir die aktienmärkte nach oben laufen haben dann sollten wir wirklich auch die unterseite mit auf der uhr haben und wenn wir da einfach mal schauen wenn wir hier unter die 1475 zähler drunter fallen wäre mal der nächste anlaufpunkt das tief was wir gehabt haben anfang oktober bei 1459 zählern und dann haben wir schon relativ nah auch liegen hier diese beiden marken um die 1453 und 1439 zähler die könnten durchaus auch ein bisschen als trampolineffekt genutzt werden das sind anlaufbereiche nach unten hin sollten wir tatsächlich deutlich tiefer fallen aber ein finger müssen wir hier noch in die luft heben morgen ist die fetma wieder dran da kriegen wir das fomc statement und wir wissen in diesen zeiten sind die markt oder sind die märkte häufig relativ volatil das muss man hier in diese dinge auch mit einbeziehen das heißt um solche nachrichten wird die technische analyse also die marktechnik sozusagen ausgehebelt dort wird sozusagen auf die nachrichten reagiert und da spielen solche faktoren wie wir sie hier in der technischen analyse immer wieder besprechen relativ selten eine große tragende rolle zumindest die kleinen dinge wie wir sie hier sehen wenn da irgendwas gesagt wird wo einfach starke massive bewegen kommt da kümmert sich niemand um irgendwelche märkte da läuft es durch dann kommen die algos mit rein dann gibt es übertreibung in die eine oder andere richtung das nennt man dann volatilität und wenn das dann wieder durch ist dann kann alles wieder seine geregelten bahnen gehen so jetzt schaue ich mal ganz kurz in die fragefelder rein ob wir noch die ein oder andere frage hier im wunschmarkt haben kurzen augenblick so schaue ich mal rein ich hoffe ich übersehe hier nix nein fragen habe ich gerade nicht der lorenzo gratuliert uns hier zum ersten platz bei einer fx broker wahl danke das ist freut mich sehr sehr das ist auch tickmel freut sich sehr über diese gratifizierung das ist also auch ein zeichen der broker ist wirklich tipptopp kompetitiv da gibt es nichts zu meckern das zeigt halt auch das ergebnis so der lutz hatte den mdax lutz guck mal hier ich zeige es dir mal kurz mdax haben wir nicht da den kann ich hier nicht analysieren schalt heute nachmittag mal rein du weißt wo dann um 12 uhr gehe ich für dich mal auf dem mdax ein einfach mal auf mein facebook profil reinschauen dann nehme ich den mdax für dich mal rein hier haben wir momentan noch nicht auf der uhr gut fragen ansonsten habe ich hier keine weiteren wie ich das gerade sehe 2067 sagt der lutz gibt es ein brexit naja schauen wir mal ob es wirklich so weit kommt wir gucken okay also weitere fragen sehe ich da gerade nicht das heißt an dieser stelle danke auch an alle zuschauer hier an dieser stelle und damit allen gute trades handel geht gleich los in zehn minuten beginnt die offizielle handelszeit und ich sage tschüss bis morgen 8 uhr 30 wieder live in den märkten den blog gibt es wie immer vorher zum nachlesen und auch die ingrid danke für das guten morgen bis dann tschüss